So, noch ein Thema hier, das verlorene Schub, habe ich ein bisschen Thema an, von Matthäus, Kapitel 8 hier, von Verschall. Das ist die Geschichte, die ich auch ein bisschen lesen kann, das sage ich, denn das Menschensohn ist gekommen, seilig zu machen, was verloren ist. So, war er an der Seilsreie, aber er hat es da, dass wir wirklich nur die Sägen, die verloren sind. Wir haben manchmal Trouble mit dem einen Ähnlichsten, was wir tun haben, also wie schafft ich mit dem Verschall, immer wieder und wieder zu kriegen, weil es gleich gut ist, dass wir wissen, aber das ist ein bisschen wichtig, dass wir als Seilsreie wirklich nur die Sägen, die verloren sind. Wenn es so viel steht, wie Jesus selbst sagt, er ist für die Kranke gekommen, er ist für die Verlorene gekommen, er ist für die Verwunden gekommen, die zu heilen. Wenn sie sagt, die gesunde Brücke nicht in Doktor, ja, und dort fingen wir hier auch zu starten, dann sagt er, 12. Verschall, was denkt euch, wenn irgendjemand 100 Schafe hatte und eines unter ihnen ist verloren, lasst er die 99 auf dem Berg und geht und sucht das Verirrte. So, diese Geschichte von diesen Neen in Eend, ich habe es mir wertvoll in Betracht zu nehmen, und wie aus Seilsreie, dass wir checken, da nur das eine Schafe, was er verloren ist, und dass wir da wirklich was dran geben, und er jaffst sich auf dem Weg und sieht, solange er dort fingen, und es steht da, der ganz himmlische Volk, dass ihn wählen ist, dass wir da tunen. Wenn wir in Verlorene schaubt seinen tunen, dann wollen wir da zägen gehen. Und ein ander, 15. Vers sagt, Zindig die Bruder an die, dann gå und strof am zwischen die in Amelijn. Heet er die, dann hast du die Bruder gewonnen. Und hier muss ich auch in unsere Zeilsreie aufbauen, wo verschiedene Menschen in die Zeilsreie aufbauen. Und ich muss das auch in unsere Gemeinde sein, und unsere diese Gemeinde will verschiedene Menschen in die Zeilsreie aufbauen. Und hier habe ich ein Bilde mold, wo ich ein bisschen will bräuchten erklären, wo das passieren geht, macht uns Menschen so viel mold. Ich habe hier ein Bilde mold, dass ein Lach, wo ein Mensch benen, verzonken ist. Ja, dieser ist dann eng mit einer Lust auf dem Regen. Er hat seine Sache voll weit weg, in seine Träuble, was immer wir dort na nicht wählen, dort kann sein, dass so eine Depression ist, dort sind so eine Menschen, die vielmehr sehr duib in ihrem Lach verzonken fühlen. Und wenn er dort ist, wo du wie dem helpen. Und ich habe hier ein Bilde mold von diesem. Dieser, der Jett ganz allein, lädt sich der Unie im Lach nennen, um dem Mensch helpen. Ich sage, aber das ist ein sehr feines Beispiel, was wir haben von Jesus. Jesus wird dort boven an den schönen Himmel beenden, wie Gott, wo alle vollkommenheit wir, wo keine Fleischlichkeit in Sünde werden, doa wir hei, wo hei frie und freudig kun sein, und Gott leidt sein Sehn rauf und ans Sünde lach nah. Hei chäim hier auf diese Eid, und weißt du wat, hei dit nicht mal bloß, als Gott hebt diese Eid nahe kommen, hei chäim wirklich aus Fleisch, am Fleisch leidt hei. Und das ist ein Beispiel, von wo ich erkläre, weil wenn wir in Seilen raten, dann wollen wir nicht bloß, dass diese Jungs hier boven daunen, und das ist ganz normal für uns, die die Menschen nicht so, wie wir schaffen daunen, da ist es diese zwei Jungs hier sind, die seien ja, da können sie eine Depressionen, oder da können sie eine Alkohol essen, einer die besucht, da nehmen sie und hängen das Strang darauf, und sagen, ich koste die Antwort und komme rütt. Und was viel hier sage, was, brauche ich mal ab hier, um zuppen, wo er am zuppen, kann mal hier haben, wo wir sind, wir brauche nicht. Und, weißt du, Matthäus 4, Vers 22, da sagt es, du naar, und das ist was viele Menschen sagen, du dummkopp, wenn du mal anstellt, wenn du mal daust, das wie, dann musst du da rüttkommen. Und weißt du, was, das ist nicht Jezus'n wach, hei seht nicht, du dummkopp, hei seht, ach, sie kommen, die Kranken, zu heilen. Und das Bild gleich, da wein, wenn's, dat wie wirklich, uns nennenloten, daun, an wo die Mensch is. Matthäus 8, wo ich kurz lesen, da, vers 8, da sagt es, wo wir die Einheit mit Gott haben. Und hier, in 15, da sagt es, wo wir uns, uns mit Bruder, helfen können. Gott, du allein mit ihm reden. Und wenn er von diesen Reden licht ist, dann hast du den Bruder geholpen. Und ich sage, am ein Seel ist, so ist das, das ist das. Bring du ein Strang an der Bove, wo du bist, dass du klare Connection hast, so ist Matthäus 18, 18, sagt, was wir auf die Ede Binge, wo wir uns im Himmel gebungen, was wir auf die Ede Leise, wo wir uns im Himmel laus. Und weißt du, wenn wir hier von der Connection, wo wir fast den Grund haben, uns selbst aufloten und in das Loch, wo das Mensch versunken ist, dort ist, wo die Action von Leib wahrhaftig wird. Dort ist, das steht, wo wir nur Seile anpacken können. Dort ist, wo Gott kann durch uns anpacken, soll ich sagen. Wenn du wirklich bist, in das Loch nicht zu gehen, wo das oberer Sinder, verlorener Sinder, oder, wie kann ich sagen, wo bloß eine Person mit den Trübel, wenn wir doch wel einfacher merken, essen, heißt ich nicht weit, go und dort lachen und reden zwischen die und einem allein davon. Und was noch neidig ist, dass wir uns wirklich nicht lachen, in dem Sinne, dass wir nicht bloß denken, wo ich hier eigentlich nur geraten, aber, kann es ja kommen, wenn du weißt, wenn ich weißt, bräuchst nicht. Und das ist, was eine Menge, die da viele Städten die jeweils einen nicht wirklich erhört haben. Die dohne bloß von boven Strank raufloten und dann kostet die Antwort, wenn du weißt. Weit ihr Wort, so ein Strank ist das, du hast das in der Region gebetet. So ein Strank ist das, dort ist, wo er meine Banne ist. Er hat diese selbst hier viele hier boven aufgefeilt von Menschen. Du hast die Banne gewaast. Aber der Unterschied ist von diesem, von Heide, ich sage, wenn du weißt, eine Zeile raten, dann geht du rauf und das lach nehmt wo die es. Feil mal mit, mit dem Woden, wenn du weißt, auch mal ihm lach. Und dann du da tot dem, was du was reken für schade, dann du ihm lach weißt. Kannst du, kannst du Gott sein und die Person, was mal küsst du Gott fingen. Gott wird er künd das dort in Strang rauf loten. Und er hat viel mal was wir nicht begriffen können, ob er das Sehen rauf schicken. Und das ist das Bild, was wir kennen brücken, dass wir wirklich nicht nicht in den Strang nicht sagen mal wenn der Jahn ja da ein Blattloch liegen hat, dann leid die besied am doel und dreht die arm ab, ab, nahm von dem Strang an und klaut dann ab. dem doel zu. Wenn die leid wird, du well bist und seine leid und die wo die Seile rade kost, wo die menschenkos wieder kriegen, das sagt im 15 Vers go zwischen die und am allein und wenn du die wort horchen wenn die nur die wort tot gerieben dann hast du eine Seile gerad so ist das Schub was verloren ist die ne ne ich werde sicher ob das Schub was verloren ist dort go wie seken doch gehe wie ans leben hahn te donen Matthäus 18 21 das hat du na en das wat we viel mal te donen die mens wel go bete want die mal wol die sang sich immer mit seine vrouw want die mal be je wende oder want hij nicht mit die vriend hoop te sein ich sie nicht mit die hoop so das sind veel van diese ding wat wie donen weet je noch ein ding was und das ist ans wach wat wie sollen menschen verzekert heraden ein seier wirdvoller denk ist ontzudenken zwischen die en amel hier war er dit bild hier sind zwei jongens und die benoberten sich ever wo dam die mensch do in jas die sich do nicht mal rithalpen ja die bede vielleicht für dem aber die do nicht wirklich sich selbst an dort lachen an lot und was hier brücken dat ich sage wie kann all diese dinge leren ich kann Ihnen all diese dinge erklären aber Hauptsache hast du ein ob nicht horen ich brücke mal das Beispiel wenn du deine früh sagst dass die wir ein lecklich die wir an depression und du vertelst mir das wo wirst du du vertellen wo wirst du das auf so weich zu vertellen dass ich vertellen dass ich mit feilen und ich wirst die leid schritten in früh hier brauche ich bloß als ein Beispiel wo du wie andere Menschen red wie so dass wir wirklich dir will helpen oder gehen wir bloß und reden von dort aus und reden wenn wir wirklich ein öppnet Wort haben dann wo wir ein mit der Person was verloren ist dann wir versuche ein zu Wort ein großes Beispiel als Vertrauen hat wenn ich mich hier auflaten do nur diese Person dann hab ich Vertrauen zu dem dass das was heißt es war hat die leid die glift alles das finden wir in die schrift und wenn ich voll leid sie und ich hier an lach dann glift ich ihm alles und wenn ich hier boven sto dann glift ihm nicht das was was sieht dort wo er checkt wenn er im Loch ist und so ein einfacher Beispiel wenn er bloß wird nach schicken und das ist was wir viel mal brücken zu tunen denn das ist was auf hat hier ist und das was er ist es Und hier ist ein Strang, wo es Connection hat. Und hier ist ein Strang. Ich will mich an, wenn ich mich anrufe. Der Brief, der erste, wo ich bin, wahrscheinlich ist das angenommen. Waren drei Gonen noch lockerst du 18.21. Das ist das erste Punkt. Ja, von der Ratung. Hast du klar, dass du am Loch bist, dann gehen wir um die Ritz. Beide ihm die Heilung an. Waren drei, wann hey, du hast dich gar nicht besorgt, was du bei dir ist. Du hast gar nicht besorgt, was da passiert ist, das heißt besorgt, was du am Loch ist. So sich der Bischbald hier schaut von dem Accident. Hey, weil du das Loch rüttt. Waren braucht eine Heilung. Da oben nicht bloß der Rütt schlafen geht, und lässt ihn allein gehen. Dann hast du mit dem Loch bitten, und dann hast du dich an die Heilung anbeiden. Dann hast du dich an die Erlösung anbeiden. Dann hast du dich an die Wunde besorgen, reinmärken, dass die Heilung kennen. Dann hast du dich verbringen, ja, vom Rot, dort in die Leitung wieder zu gehen, dort in die Waren entfällt. So hieß es ein Prozess, wo wir Staub für Staub so einen kranken Halpen. Wie hat das kleine Beispiel von den Samaritern, wo diesen Verwunden abhauft, hat seinen Eseln abdeckt, und brachte ihn vorhanden, und er leitet ihn dort besorgen, er holt ihn, was wir besorgt werden. Und dann betont er noch dafür. Dort ist ein Seilsorgen, dort wird wirklich so eine Person halb in der Hunde. Die Ursache, wo er ihn dort beinnt, ist wahrscheinlich, wenn es heist blind gewesen, ist er nicht gefallen. Er hat nicht seine, was er da. So, wenn er rauskommt, dann wies er ihm, leid er ihm noch nicht, dass er seine kann, woran er ist. Halb so eine Person ewig am Glauben an. Das ist eine Person, die an die viele Fall ist, negatief gewesen. Wenn es er wahrscheinlich nicht gefallen, halb ihm am Glauben ab, dass er positiv anfangen kann, zu denken. Leid er ihm eine Kraft Gottes nennen, Gottes Wort haft eine Kraft. Und bräuch Gott Gottes Wort, um ihm helfen, diese Kraft zu verstoßen. Dort schaam doch der Bahn, wenn du ihm da rüthalpen hast, dann packt er ihn an die an und hält ihn an die Fass, wenn die Wachpässe und so war er verloren. Wie bräuch Gott Gottes Wort ihm gelaufen hinzubringen, dass er diese Kraft selbst kregen hat, Gott direkt connection hat, damit er wieder Menschen kann helfen, bei ihm zu lachen werden, wo er waren. Leid er ihm nach dieser Kraft, dass er ewig winden kann, dass er durchdrehen kann, mit dieser Probe, wo er waren, als er war. Er regt sein Wort nur das Verbild von Jesus Christus. Jesus Christus erregt das Wort nicht unbedingt, checkt er nur die Sünde. Er ist nicht so besorgt, an wo er das lacht ist. Er ist nicht besorgt, an worum das lacht ist. Er ist besorgt, um das Wort zu sein. Wenn er das Wort kann sein, dann ist das hier bei jedem Krex im Himmel. Dann schafft das hier bei jedem das Wort, der Krex im Himmel schafft. Dort weiß Jesus, dort weiß Gott, das war er auch. Und weißt du, diese Einzelheiten können verschiedene Dinge sein. Some Menschen haben eine oude Beleidung, wo sie niemals ever gekommen sind. Some Menschen haben eine oude Verbindernis, wo sie niemals ever gekommen sind. Some Menschen haben ein großes Ding verloren, eine große Arndt, eine Wirtschaft, wo sie viel Geld verloren, oder sie gehen, und Noah im Haus ist gestorben. Und da haben sie so eine Weidege Jefe, wo sie sich nicht mehr wisst, und wo sie von diesem Tag immer noch mal schafft, wo sie immer noch nicht rausgekommen, und da werden sie am Loch werden. So viele, wo die Alkohol gar nicht schwer hatten, die sind in eine diebe Suche angekommen, wenn sie alle Dinge niemals um Kreuz getroffen haben. Sie haben die Hand getroffen, mitgenommen, die Hand getroffen, mitgenommen, niemals da liegen gelassen. So das ist ein Ding, das wir verstehen müssen, dass die Menschen wirklich werden fast. Das ist das. Untertitelung. BR 2018